Hi Leute, hier sind wir mal Brick Schmidis und wir haben seit langem ein Video und in diesem Video habe ich so schlechte Neuigkeiten und vielleicht auch gute, es kommt auch auf an wie man es ansieht. Bevor ich aber mit diesen Neuigkeiten beginne möchte ich noch schnell etwas anderes sagen. Ich habe einen Let's Play Kanal mit einem Kumpel, der Link ist in der Beschreibung. Ja, schaut doch mal vorbei und hinterlasst vielleicht einen Daumen hoch oder sonst ein Abo oder Kommentar, auch egal. Ja und dann noch etwas, nochmal etwas anderes, mein Stop Motion Video, sehr schöne Truinenbasis, hat 99.000 Aufrufe und die 100.000er Marke ist bald erreicht im Fall. Ja, im Fall, wirklich. Und ich danke euch wirklich für diese tolle Unterstützung und wirklich danke für so viele Aufrufe. So, dann komme ich jetzt noch zur schlechteren Neuigkeit. Das ist, ich möchte jetzt mal etwas anderes machen, nicht nur in Star Wars Videos. Darum habe ich jetzt einen Zweitkanal gegründet, Brick Schmidis Comedy, auch Link in der Beschreibung. Ja, und dort werde ich jetzt Comedy Videos machen, aber ihr fragt euch jetzt, was ist daran schlecht? Ja, das Schlechte ist, ich werde jetzt ein Jahr lang Pause machen mit Brick Schmidis, also mit Star Wars Videos und so. Und ja, ich hoffe, ihr werdet trotzdem vorbeischauen auf Brick Schmidis Comedy und vielleicht findet ihr es ja gut. Ja, und wirklich danke für diese, es sind jetzt fast zwei Jahre, Brick Schmidis, wirklich danke für eure Abos. Daumen hoch, Kommentare und vieles mehr, ihr seid wirklich eine tolle Community gewesen und 245 Abos sind wirklich ziemlich gut, finde ich. So, ja, es gibt die Leute, die natürlich mehr haben, aber ich bin zufrieden. Und ja, was will ich noch sagen zu der Pause nach dem Jahr wird es höchstwahrscheinlich weitergehen auf Brick Schmidis, also mit Star Wars Videos, Mox, Star Motion vielleicht und so, Updates wird es höchstwahrscheinlich weitergehen, aber nicht mehr so viele Videos wie sonst. Ja, auf Brick Schmidis Comedy werde ich jetzt so machen, dass ich dreimal monatlich ein Video hochlade. Ja, schaut euch eben einfach mal vorbei und dann noch zum Stop Motion Film, den ich durch den Trailer angekündigt habe, der wird natürlich noch rauskommen, also keine Sorge, der wird noch rauskommen. Dann, ja, dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, vielleicht in einem Jahr oder auf Brick Schmidis Comedy. Ja, wirklich danke für eure tolle Unterstützung. Ich hoffe, ihr werdet treu bleiben, weiterhin Brick Schmidis Comedy schauen oder einfach mal Let's Play, Brick Thun LP, heißt der Kanal, vorbeischauen oder so. Wirklich nochmal danke für alles und ich verabschiede mich jetzt und noch viel Spaß mit dem Brick Film, der kommen wird. Tschüss, wirklich nochmal danke zum hundertsten Mal. Schmidis Comedy